Hallihallöchen, willkommen bei Hertha-Geek-Freunde. Länderspiele sind vorbei, Bundesliga geht weiter. Wie geil ist das denn? Oh, dieses Warten, ich kann es nicht ab. Aber es waren gute Länderspiele, ja, abgesehen von dem Ausweich, Auswärtstrikot, was die Nationalmannschaft anhatte gegen Holland, fand ich alles nice, ja, und vor allem unser Midi. Mann, was war das für eine Bude gegen Holland, also, Hammer. Der Junge ist gerade on top, ja, gönne ich ihm, mach weiter so. Ja, ich wurde schon mal gefragt, warum hat der so eine komische Mütze auf, wo YouTuber draufsteht, ja. Weiß man doch, dass der hier bei YouTube ist, was soll denn das denn? An dieser Stelle mal Gruß an Max und Papa Peter, ja, die habe ich zugeschickt bekommen, geschenkt bekommen, ja. Und deswegen trage ich die ab und zu. Finde ich cool, ja. Ich hoffe, die gucken beide zu. Ich habe die Mütze immer noch sehr gern, ich trage sie sehr gern. Ja, auch nicht jedes Mal, aber sie ist mit vor der Partie. Gut, bevor ich hier nur Schwachsinn erzähle, gehe ich doch mal zu dem, was ich machen möchte. Nehme ich den Vorbericht auf das kommende Spiel gegen Nürnberg. Freunde, ich habe es ja im Eingang schon gesagt, ja, Bundesliga geht weiter und, boah, gerade nach dem Gelsenkirchen-Spiel will man einfach weitermachen. Geht euch doch genauso, ey. Und ja, jetzt kicken wir am Samstag, 20.30 Uhr im Olli-Flutli-Spiel. Wie geil ist das denn? Gegen die Klubberer, ja. Und, ähm, natürlich gibt es auch wie immer in diesem Video meine Aufstellung. Ja, logisch. Die kommt noch zum Schluss dran. Ich fange mal an. PK war, pfff, ja, nicht jetzt so spannend. Äh, circa 45.000 Zuschauer kommen. Ich meine, nicht so viel, aber vielleicht dem geschuldet, dass Ostern ist und einige verreist sind. Ich denke, sonst wären es vielleicht mehr, aufgrund dessen, dass wir momentan ganz gut performen und auch Punkte holen. Auf dem Podium war auch der gute Marius Gersbeck, ja. Im Vorfeld dachte ich, was ist denn das? Äh, pfff, aber dann fiel mir ein, ach ja, der Ernst, der hatte noch diese unschöne Prellung. Und, ähm, deswegen steht, äh, der Gersbeck im Tor gegen Nürnberg. Ja, sonst, ja, nichts Aufregendes. Lockere Stimmung. Äh, lustig war, dass, äh, Pal dann, äh, selber das Tab dann in die Hand genommen hat und hat, äh, den Gersbeck interviewt. Im Interview. Ja, es wurde so wenig gefragt, ja. Und dann hieß es schon so, ja, schön, einer eine Frage, danke, dass ihr da wart, bla bla, das Übliche, bla bla. Und dann meinte, Pal, Moment, ja, so schnell darf das hier nicht vorbei sein, äh, habt da nicht eine Frage, sonst mach ich das. Und hat sich dann an Gersbeck gerichtet und hallo, ja, und bla bla, war lustig. Ja, das war wieder so ein Pal-Ding, hat er rausgehauen, ähm, amüsant. Und anscheinend ist er jetzt auch wieder ein bisschen lockerer unterwegs als in der Vergangenheit. Zu Nürnberg. Platz 10, 36 Punkte, 10 Siege, 6 Unentschieden, 10 Niederlagen. Ja, also mit Platz 10 sind sie nur, äh, ein Platz hinter uns. Und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben eine Niederlage mehr, ja, weil wir jetzt, ich weiß nicht, unentschieden mehr gespielt haben, aber sonst sehr ausgeglichen. Nürnberg spielt in der Saison, ja, viel mit Höhen und Tiefen, so kann man das mal nennen. Auswärts, äh, sowie auch zu Hause haben sie jeweils fünfmal gewonnen. Das ist ausgeglichen. Da springt auch mal so ein Auswärtssieg gegen Kiel, ja, da haben sie mal 2-0 gegen Kiel auswärts gewonnen. Und wiederum dann auch mal 5-0 zu Hause gegen Düsseldorf verloren. Also, die Truppe performt nicht konstant. Deswegen sind sie da auch so in diesem Niemandsland momentan, ja. Wo wir eigentlich auch noch sind. Aber wir sind momentan noch einstellig. Wow, wie geil ist das denn? Statistik. Nürnberg im Schnitt gleiche Ballbesitzquote mit 46 wie wir, ja. Und in Sachen gewonnene Zweikämpfen sind wir auf Platz 7, sind wir auf Platz 8. Also, das ist schon mal auf Augenhöhe, ja. Also, da macht es Sinn, dass wir auch in der Mitte zusammenkleben. Aber, Freunde, aber, geschossene Tore, Torschüsse, Kopfballduelle, Flanken aus dem Spiel und Lauf des Tanks, um mal ein paar statistische Werte zu nennen, sind wir klar vorne. Da sind wir klar vorne. Außer in gesammelten Karten. Da ist Nürnberg mit 70 Mal Karton auf Platz 1. Lass ich jetzt mal so im Raum stehen, ja. Lass ich mal so stehen. Spieler. Ja, wenn wir über Spieler reden, wenn wir über Nürnberg reden, müssen wir natürlich über ihr Juwel sprechen. Das ist der 18-jährige Osun. Knipser 13 Mal schon getroffen. Man sollte aufpassen an der Strafraumgrenze. Ja, da fackelt er nicht lange. Da schlenzt er den Ball mal sehr gern ins lange Eck. Ja, so hat er schon mal das eine oder andere Tor geschossen. Ist keiner, der wirklich lang überlegt. Der hat eine gute Schusstechnik, sehr filigran und, ja, da ist die Pille dann schon mal unterwegs und zappelt im Netz. Also Fuß vor, Freude, ja, Fuß vor. Er hat einen Marktwert von 12 Millionen, man staune, und somit ist er der teuerste Spieler in der 2. Liga momentan. Sehr, sehr, sehr fragwürdig. Wirklich, verstehe ich ehrlich gesagt. Nicht, denn, wenn man mal dagegen den Marcel Hartel, ja, von St. Pauli nimmt, der mit einem Tor mehr vor ihm ist, Top 2 in den Vorlagen, Top 2 in Torschüssen, Top 1 in Laufdistanz und einen großen, großen Anteil hat, dass St. Pauli auf Platz 1 steht momentan und nur einen Marktwert von 4 Millionen hat, verstehe ich nicht, wer da die Statistik oder Quatsch, wer da die Preise macht. Also für mich weiß ich nicht. Für mich ist, um jetzt nicht durch die blau-weiße Brille reden zu wollen, Marcel Hartel, der beste Spieler in der 2. Liga. Ja, natürlich ist es sonst Fußball-Gott-Rese. Ja, das wäre aber wieder jetzt härter und so. Aber nein, Marcel Hartel ist für mich wirklich in allen Belangen, der ist so vielseitig und hat nur 4 Millionen. Aber es ist halt so, vielleicht ist ja der Osohn einfach auch jünger, hat die Zukunft und vielleicht gibt es da noch so ein paar Werte, von denen ich nichts weiß. Aber rein optisch gesehen, naja. Gut, Fazit. Im Hinspiel haben wir wirklich sehr, sehr unglücklich verloren. Was war denn das für ein Scheißgekicke? Ey, muss ich echt nochmal sagen, ja. Da hatte Leistner seinen schwarzen Tag, ja. Das war die Mutter des schwarzen Tages an diesem Tag für ihn. Er hat einen Elfmeter verursacht und ein Eigentor geschossen. Ja, also schlimmer kann es ja eigentlich nicht laufen, oder? Dann war noch das Ding, weiß ich noch ganz genau, Kämpfer hat eine Rote gekriegt, ich glaube auch eine Glattrote, weil er so ein schlampiges Zuspiel bekommen hat, bei uns ja, sogar im eigenen Drittel. Und er musste irgendwie zum Ball, hat einen Schritt zu wenig gemacht und da schoss irgendwie der Nürnberger vorbei, am Fuß getroffen, aber nicht schlimm. Und dann hieß es ja letzter Mann, irgendwie, weiß ich nicht, faul, rote Karte. Also es lief einfach nur richtig blöd. Das, denke ich, wird nicht normal passieren. Also, nee, wir sind viel gefestigter, viel stabiler und haben jetzt auch unsere Anfangself gefunden, so will ich das mal sagen. Wir müssen uns schaffen, einfach Osun irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, die Leistung vom letzten Spieltag, also gegen Gelsenkirchen, abrufen und, ja, statistisch gesehen sind wir klar vorne, da sind auf jeden Fall drei Punkte drin. Ja, also da haben wir einen Heimsieg, Freunde, natürlich. Am Flutlichtspiel, Wahnsinn. Frühlingshafte 20 Grad, was will man mehr? Was will man mehr? Da freut sich die Fußballseele. So, ich rutsche mal gleich rüber zur Aufstellung. Ja, also, ich bin der Meinung, wir haben jetzt wirklich unsere Startelf gefunden, mit auch wirklich den Spielern, solange sie auch fit bleiben, um noch ein paar Punkte zu holen, ja. Hinten Gersbeck, okay, dem geschuldet, dass Ernst ausfällt. Dann Kenny Karbovnik, wunderbar, funktionieren außen. Dann die Youngster in der Mitte, Martin da, der Gech da, auch wunderbar. Martin hat auch gut performt für Ungarn. Ja, sehr nice, habe ich mal reingeschaut, hat mir gefallen. Dann Mittelfeld davor, endlich auch mein Traum. Mittelfeld, soweit man es sagen kann. Ich hätte gern, eigentlich bin ich ein bisschen offensiver, aber geht momentan nicht. Sechser, Clemens und Dusiak, das spielen für mich momentan auch die Besten, ganz klar. Dann Maser davor, ja. Kann echt ein Unterschiedsspieler werden, ja. Ein Spieler, der auch mal ein Ding fabriziert, womit kein Gegner rechnet und spitz in die Tiefe geht. Ja, also der ist jetzt hier nicht nur waagerecht unterwegs, sondern er zieht auch mal den Ball, zack, in die Mitte durch und stößt vor, nimmt den einen oder anderen aus. Also auch Mann gegen Mann, sehr positiv aus meiner Sicht, sehr technisch versiert, also freut mich, dass er jetzt zurückgekommen ist und auch so performen kann. Dann außen Reze, ja, Rezus. Rezus, ja. Unser Fußballgott Rezus und Winkler auf der anderen Seite. Ja, ich weiß, ich habe immer so ein bisschen gemotzt über Winkler, aber wenn er so weitermacht wie Gainson-Kirchen, hat er auch den Auftritt in der Startelf, so wie ich es mal nenne, verdient. Vorne Fluppe, ganz klar, unser Knipser. Ja. Freunde, es wird was. Ich spüre es, es wird was. Und wie immer natürlich nach dem Spiel meine Highlights, meine Analyse. Kommt gut in Ostern rein, ja. Der eine oder andere wird jetzt schon frei haben, wunderbar. Genießt die Tage und wir alle genießen dann zusammen ein geiles Fußballspiel am Samstag. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt sportlich. Ciao. 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 Ciao.